Farm Animals – Tiere auf dem Bauernhof Farmer Oak ist traurig. Sie kann ihren Hund Charlie nirgendwo finden. Irgendwo auf dem Bauernhof, der Farm, muss Charlie doch sein. Oh, look! The chicken laid an egg. But Charlie is not here. Chicken – Huhn. Farmer Oak hat drei Hühner. Three chickens. Die Bäuerin sucht weiter. The horse likes carrots. But Charlie doesn't. Horse – Pferd. Farmer Oak hat vier Pferde. Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten? Über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgaben-Chat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen! Dich – L desire – Bis zum nächsten Mal. die yummylish зв remote. Und wenn ich mal was zuして. was dazu verabsch жить. Untertitelung des ZDF, 2020